Nee, das war auch noch nicht. Ja, der eine oder andere denkt sich, was machen die da wieder und die anderen wundern sich vielleicht gar nicht. Ja, bis dann, bis ha-ha-ha-ha-ha. Durchs ganze Arsenal. Durchs ganze, was hast du eben gesagt? Knut-Baum-Weid-Meisterschaft. Weidwurf-Meisterschaft. Genau, war bei der Pro doch ganz einfach. Der Knut-Baum-Weidwurf-Meisterschaft, der, die, die. Das ist eigentlich so. Wir sind hier beim bla bla bla, hast nicht gesehen und ähm. Holzständerwerk. Holzrahmenbau. Ist doch. Ist das gleiche, hat er gesagt. Holzrahmen-Spezialisten. Bauspezialisten. Holzbaurahmen-Spezialisten. Holzbaurahmen-Spezialisten. Was? Angekommen im, wo sind wir? Die Strimmer sind da. Pau, die hat das schon mal vorbereitet. Genau, wir haben hier jetzt schon mal richtig, äh, schlissen. Pauli hat das schon mal vorbereitet. Ja, genau. Ja, dann pass an. Muss ja irgendwo rauf. Ole. Huch. Ein Glück habe ich den Helm aufgehört. Auf den Lastwagen gepackt. Und, was wollte ich jetzt fragen? Ich brauche jetzt eine kleine Eindeweise und ich kriege den Motor nicht an. Das war lustig genug. Komm, lass ein Haus bauen. Das japanische ist auch nur hier. Wo gehämmert wird darf... Ne, wo. Ja, wo gehö... Gute Sache, so. Hey. Was? Was? Können verlachen, du Arsch. Wie haben wir angefangen eben? Alter, das wackelt total. Das macht nichts. Oh, hey Pauli. Anderthalb Minuten Taschenvideo. Wirst du heute wieder auf der Rhythme mit? So, unser vierter Mann ist gekommen. Der vierte? Ja. Der erste. Moin, moin liebe Zuschauer. Wir sind wieder unterwegs in der... Happy Region. Im Hanselwelt. Im Hanselwelt in der Happy Region. Versuch Nummer eins. Wir sind wieder unterwegs im Hanselwelt in der Happy Region. Ein vielfältiges Unternehmen. Ich hab den Tag versaut. Absolut. Absolut. Echt geil auf der Stelle. In der Happy Region unterwegs. Und den Rest nicht vergessen. Moin. Moin. Ich muss die Rückert fahren. Recycling. Und Leuten, die einen über dem Weg fahren. So. Begrüßungsempfang für Fach- und Führungskräfte. Begrüßungsempfang für Fach- und Führungskräfte. Begrüßungsempfang für Fach- und Führungskräfte. Klingt wichtig. Können wir uns das merken? Ich glaube nicht. Wie heißt das hier? Willkommensveranstalt... Das sagt jetzt doch... Komm Hanselwelt aus? Reporter. Achso, ich sagte jetzt... Doch nicht. Ich hab mich getrödelt. Der Kacke. Happy Birthday! Ikea! Was? Ich tröte mich. Ja! Zusammen mit... Wo du da bist. Jetzt sieht man deinen Arm. Viel Spaß beim Schneiden, Pauli. Wie aus das sieht. Wie hast du geendet eben? Events und Auktionen. Genau. Zum Beispiel... Was gab's? Sauerstausch aus. Du hältst mir die ganze Zeit den Hai vor das Gesicht. Denn für die ersten... Ne, wie denn? Hallo liebe Zuschauer. Nicht vergessen. Jetzt ist am... Jetzt am... Plus noch 50 Euro. Da gibt's 10... Geburtstag. Das war... Ich dachte... Ich dachte das wäre falsch. Waren das 50 Euro? 50 Euro war richtig. Waren das 10 Torten? Eine von 10 Torten? Oder... Ach ja! Ikea... 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 Was ist das für Waren? Ja, klar! Nämlich für Ikea... Achso, ihr flirbt schon. Ja und... Ja und... Was machen wir jetzt? Die können wir uns ja gar nicht mehr sehen. Wir sind doch jetzt Nimias. Pauli, ich entschuldige mich jetzt schon für das Video. Trink viel Kaffee, bevor du dieses Video schneidest. Frank möchte einen improvisierten Abschluss-Take machen. Korrekt. Nummer 1. Nummer 1. Hallo, das war unser kleiner Einblick in die Nenetsu Akademie zu Lübeck. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch einen schönen Tag. Denn wir sind in das. Hallo. So, das war unser kleiner Einblick in die Nenetsu Akademie zu Lübeck. So, richtig, jetzt. Nein, komm jetzt. Pauli, es tut mir wirklich leid. Ähm, klar. Frank, so geht ein Abschluss-Take. Das geht doch nicht so. Natürlich. Nein. Doch. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Video. Ähm, die Nenetsu Akademie zu Lübeck. Ähm, das machen wir jetzt so. Das war unser kleiner Einblick hier in die Nenetsu Akademie zu Lübeck. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Friede, Freude, Eierkuchen. Hallo, Drei. Tschüss.